Ja, hier ein kleiner Hiyuzuri mit relativ viel Chami-Sumi. Das hatte er aber schon, weil Chami-Sumi ist nicht wie ein Shimmy zu verstehen, sondern das ist eigentlich ein Teil der schwarzen Zeichnung. Also es ist das gleiche Schwarz wie sonst am Körper, wenn sie das nicht stört. Dann haben sie es hier mit einem ansonsten soliden, kleinen, jetzt noch kleinen Hiyuzuri zu tun, mit dem Potenzial über die nächsten Jahre gut zu wachsen. 45 cm sind durchaus drin. Er hat jetzt schon 45 cm, wie mir gerade suffliert wurde. Ja, genau, 45 cm, also 2 cm hat er im Winter bei mäßiger Fütterung gemacht. Ja, genau, 45 cm hat er im Winter bei mäßiger Fütterung gemacht. Ja, genau, 45 cm hat er im Winter bei mäßiger Fütterung gemacht. Ja, genau, 45 cm hat er im Winter bei mäßiger Fütterung gemacht.